Hallo alle zusammen. Ich zeige Ihnen, wie Sie das Problem mit dem nicht funktionierenden Mikrofon in Windows 11 behalten können. Wie bei allen anderen Betriebssystemen kann es auch bei Windows 11 zu Problemen mit dem Mikrofon kommen. Die meisten Mikrofonprobleme sind auf hardware Probleme zurückzuführen, die oft nur durch einen Wackelkontakt, ein bestätigtes Kabel, einen Stecker oder einen falschen Anstoß entstehen. Darüber hinaus können Fälle auch durch inkompatible Treiber oder falsche Anstellungen austrennen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen mögliche Lösungen, mit denen Sie Probleme mit dem Mikrofon behalten können. Prüfen Sie zunächst, ob das Mikrofon auf einem anderen Gerät funktioniert. Meistens ist die Ursache eine lockere Kabelverbindung, ein bestätigtes Kabel oder ein defektes Mikrofon. Überprüfen Sie das Kabel und den Stecker ausschließen, schließen Sie es an einem anderen PK oder ein Multimediengerät an und überprüfen Sie, ob es funktioniert. Wenn alles in Ordnung ist und das Gerät an einem anderen Gerät funktioniert, versuchen Sie, es erneut an den PK anschließen, an dem das Problem augetrennt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker in die richtige Steckdose eingesteckt ist. Er sollte farblich gezeichnet oder mit einem Mikrofonsymbol verstanden sein. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Mikrofon funktioniert, können Sie zu den Einstellungen des Betriebssystems übergehen. In dieser neuen Version des Betriebssystems wird eine Datenschutzfunktion eingeführt, mit der Sie steuern können, welche Anwendungen auf das Mikrofon zugreifen können. Um Datenschutzprobleme in Windows 11 zu beenden, öffnen Sie Start, einstelligen Datenschutz und Sicherheit Mikrofon. Schieben Sie hier den Schieberregner gegenüber vom Mikrofonzugriff und anwenden den Zugriff auf das Mikrofon erstattet, auf, ein. Wenn Sie Probleme mit einer bestimmten Anwendung haben, suchen Sie sie in dieser Liste und aktivieren Sie den Zugriff. Es wird auch empfohlen, den Zugriff für den Webführer für klassische Anwendungen zu aktivieren. Wenn diese Einstellungen das Problem nicht losen, gehen Sie zu System, Ton. Überprüfen Sie die Eingabeinstellung. Ihr Mikrofon sollte hier ausgewählt sein. Wenn Ihr Mikrofon nicht aufgelistet ist, gehen Sie zu Alle Audio Geräte unten und klicken Sie hier. Anwenden gehen und Windows, die Verwendung dieses Geräts für den Ton erlauben. Wenn das Mikrofon nicht in dieser Liste ausgeführt ist, prüfen Sie, ob es im Gerätemanager aktiviert ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Startmenü, Gerätemanager und der Gerätemanager zu öffnen. Erweiten Sie den Abschnitt Audio Eingänge und Ausgänge und prüfen Sie, ob das gewünschte Mikrofon hier angezeigt wird. Wenn das Mikrofon ausgelistet ist, aber ein gelbes, auf wo es zeichnende Namen steht, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen Sie Entfernen. Bestätigen Sie das Entfernen und klicken Sie dann im Hauptmenü des Gerätemanager auf Aktion, Herdwarekonfiguration aktualisieren. Wenn das Mikrofon mit einem grauen Pfeilsymbol angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie im Kontextmenü aktivieren. Und wenn das Ausrufzeichnet nach der Aktualisierung der Konfiguration nicht verschwindet, versuchen Sie, den Treiber zu aktualisieren. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie im Kontextmenü die Option Treiber aktualisieren aus. Wenn das System keinen passenden Treiber findet, müssen Sie den Sonntreiber von der Website Ihres Motorbohls-Herstellers herunterladen und manuell installieren. Bei einem Laptop kann das Mikrofon in den BIOS-Einstellungen des Geräts deaktiviert sein. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie diese Einstellung im BIOS finden und sie aktivieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das nächste Problem, warum das Mikrofon nicht funktioniert, kann darin liegen, dass es in der Systemeinstellung nicht als Standard ausgewählt ist. Wenn Sie andere Aufnahmegeräte an den PK angeschlossen haben, hat das Betriebssystem möglicherweise auf dieses Gerät umgeschaltet. Um die Anstellung zu ändern, öffnen Sie ein Stellungensystem, Ton, erweiterte Audio-Anstellungen, öffnen Sie die Registerkarte, Aufnahme. Wenn Sie sehen, dass es zwei oder mehr Mikrofone gibt und mehr als eines grün ist, klicken Sie auf das gewünschte Mikrofon für alle Aufgaben und wählen Sie Standard verwenden oder Standardkommunikationsgerät verwenden. Dadurch wird nur das gewünschte Mikrofon grün markiert und das wird im System für alle Aufgaben verwendet, Aufnahme und Kommunikation. Drücken Sie dann auf Übernehmen und OK, um Ihre Eindringen zu speichern. Wenn Sie den Audio-Pegel vor dem Verlust angepasst oder in den Einstellungen deaktiviert haben, überprüfen Sie, ob er in den Systemeinstellungen immer noch deaktiviert ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautspray-Symbol in der Tagsleiste, öffnen Sie Audio-Einstellungen, erwartete Einstellungen, gehen Sie dann auf die Registerkarte Aufnahme, markieren Sie das Mikrofon und öffnen Sie Eingeschafften. Überprüfen Sie im geöffneten Eingeschafften Fenster auf der Registerkarte Pegel, ob das Mikrofon deaktiviert ist. Hier sollte kein rotes Symbol zu sehen sein und die Lautstärke sollte auf 90-100% angestellt sein. Drücken Sie dann übernehmen, um diese Einstellungen zu speichern. Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie, den Monopol-Modus auf der nächsten Registerkarte Erweiterung zu deaktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkettchen neben Monopol-Modus für Anwendung zu lassen, dann wird auch die zweite Option deaktiviert. Überprüfen Sie dann, ob das Mikrofon richtig funktioniert. Das Windows-Betriebssystem verfügt über integrierte Tools und Fällebeamungsprogramme. Versuchen Sie, das Mikrofonproblem mit diesen zu beameln. Öffnen Sie einstellungen System. Ton. Führen Sie unter Erweiterung, Eingebegerät, Fällebehebung aus. Wenn ein Problem erkannt wird, bitte das Tool Einweisungen und Lösungen auf dem Bildschirm an, die Sie einfach befolgen können. Alternativ können Sie auch das Tool Computer Trap Shotting und Prävision ausführen. Um es im Randfenster auszuführen, geben Sie den folgenden Befällen ein. Nach dem Scanen zeigt das Dienstprogramm die Geräte an, die Probleme im System haben. Wählen Sie Mikrofon aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Weiter. Wählen Sie automatische Reparatur und klicken Sie dann auf diese Korrektur anwenden. Starten Sie Ihren Computer neu, sobald der Reparaturvorgang abgeschlossen ist. Wenn kein Tool erscheint, überprüfen Sie, ob der Windows Audio Dienst eingeschaltet ist. Dienste sind vollständig für die Ausführung der verfügbaren Anwendungen sowie für die Verwaltung der verschiedenen Systemressourcen und Ihren Einstellungen verantwortlich. Suchen und öffnen Sie Dienste suchen, sehen Sie im geöffneten Dienste Fenster nach Windows Audio und überprüfen Sie, ob es läuft. Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Neuer starten. In manchen Situationen kann dies das Problem mit dem Mikrofon löten. Zusätzlich zu den Systemeinstellungen des Geräts verfügen einige Programme über eigene Mikrofoneinstellungen, die sich normalerweise in den Audioeinstellungen befinden. Diese Einstellungen können von den Systemeinstellungen abweichen und sich manchmal selbst zurücksetzen. Wenn das Mikrofon in einem bestimmten Programm oder Spiel nicht funktioniert, versuchen Sie, die entsprechende Einstellung zu finden und das richtige Mikrofon zu wählen. Denken Sie auch daran, den Mikrofonzugriff für dieses Programm über den zweiten Punkt zu aktivieren. Suchen Sie nach Systemaktualisierungen. Microsoft verwendet sich regelmäßig Patches für das Betriebssystem, die die neuesten Änderungen, integrierte Tools und viele Funktionen enthalten. Um sicherzustellen, dass Windows ungemäß funktioniert, wird empfohlen, jedes Update zu installieren. Zum Aktualisieren öffnen Sie Starteinstellungen Windows Update Center. Wenn ein Update ansteht, klicken Sie auf Herunterladen und Installieren, wenn nicht nach Update suchen. Nachdem Windows die Suche nach Updates gestartet hat, installieren Sie die gefundenen Updates, starten Sie das System neu und überprüfen Sie, ob der Fehler verschwunden ist. Wenn Sie das Mikrofon über die Vorderseite anschließen, ist es sinnvoll, die Funktionalität auf der Rückseite zu überprüfen. Es ist auch möglich, dass ein neues Handsit mit einem kombinierten Mikrofon- und Kopfhöreranschluss an einen älteren Computer oder Laptop angeschlossen wird. Warten Sie in diesem Fall, dass die alte Soundkarte den gleichzeitigen Betrieb von Mikrofon und Kopfhörern am selben Ausgang möglicherweise nicht unterstützt. Es gibt verschiedene Adapter zur Lösung des Problems, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen können. Diese Schritte zur Fehlerbehebung sollten das Problem in den meisten Fällen beheben. Wenn das Problem jedoch auch nach dem Anschließen eines anderen Mikrofons bestellen belegt, liegt das Problem wahrscheinlich an einer fehlerhaften Windows- oder Computer-Sound-Headware. Sie können entweder ein System-Reset durchführen oder eine neue Soundkarte an Ihren Computer anschließen. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie lustig. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss! Während Sie sich das Video auf diesen Kanalen sehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombeangriffe der russischen Föderation. Das wahnsinnige Puten-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Und unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spannen Sie die Kosten für den Fond.com lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017